Mein Name ist Jörg Henkel. Wir betreiben landwirtschaftliche Klonunternehmen im Landkreis Liebholz, das ist in Niedersachsen. Wir haben einen Einsatzschwerpunkt zu 95 Prozent landwirtschaftliche Dienstleistungen. Von der Saat bis zur Ernte sind wir im Einsatz für die Landwirte. Wir haben seit einigen Jahren eine T-Serie bei uns im Betrieb. Der hat sich sehr gut integriert, fehlt aber der letzte Pfiff für uns so ein bisschen, weil ich wollte etwas schwerer und etwas mehr Leistung haben. Und ich bin ganz zufrieden mit der Maschine, so wie die jetzt rumgekommen ist. Wir haben die ersten 50 Stunden da rausgefahren unter verschiedenen Bedingungen und er macht ein gutes Bild. Die Mitarbeiter fühlen sich wohl, die steigen freudig auf und nach zehn Minuten verlassen sie den Hof und haben sich integriert in die Maschine. Das ist für mich erstmal ganz wichtig und das bietet uns die Q-Serie. Mein Name ist Michael Wiegmann. Ich bin seit 2008 im Betrieb. Ich habe Landmaschinenmechaniker gelernt und mache hauptsächlich Werkstatt, Hofarbeiten, eigentlich alles so ein bisschen. Ich habe den Valtra vor der Press-Wickel-Kombination gefahren, zwei, drei Tage lang. Und auf mich hat der Schlepper einen sehr guten Eindruck gemacht. Der lässt sich sanft anfahren, sanft verzögern. Vom Terminal her, das ist alles logisch angeordnet, selbsterklärend, wie ich Zapfwelle einstelle und sowas. Vom Grundplatz her kann man eigentlich rauf- und losfahren. Gefällt mir gut. Wichtig ist für mich beim Schlepper, dass ich den vielseitig einsetzen kann. Das geht los mit den Pflegearbeiten, über Transportarbeiten, Straßentransporte, Gülletransport, Häckseltransport, aber auch die sechs Meter Scheibenegge oder ein vier Meter Grubber für die Bodenbearbeitung, da geht der auch für. Den kann ich vor der Rundballenpresse einsetzen, noch zu vernünftigen Kosten. Aber der passt auch vor die Packenpresse, wo er mal wirklich seine Zapfwellenleistung zeigen muss. Der integriert sich im Betrieb und das ist für mich wichtig, dass die Abstimmung, die Kabellängen und Zapfwellen und alles, was dazu gehört, dass ich so innerbetrieblich tauschen kann, dann passt das Gerät. Das Stufenlosgetriebe beim Crew ist sehr gut abgestimmt. Ich hatte jetzt mal die Gelegenheit, den selber zu fahren, auf der Straße mal so testweise, mich hat es auch interessiert. Und ich muss sagen, ich habe mich da auch sofort wohl drauf gefühlt. Und auch von der Ausstattung mit Lederausstattung, Ledersitz, Lederlenkrad, das sind schon so Features, die auch beim Fahrer sehr gut ankommen. Also wenn die zurückkommen, die fühlen sich wohl da drauf, kommen damit klar, ich bin begeistert.